Untertitelung im Auftrag des ZDF Die nächsten Kampf anfälligen, wieder in Beirut, um 2 Minuten An meiner linken Seite, in die rote Ecke, Patricia An meiner rechten Seite, in die blaue Ecke, Angie An meiner rechten Seite, in die steh An meiner rechten Seite, in die Rote Ecke, Angetd Schreut Didion Okay. So, ihr habt jetzt genau eine Minute, ja, eine Minute habt ihr genau nicht einmal auf den Arm getroffen, sondern pausenlos nur jeweils auf den Handschuh geschlagen. Das bringt gar nicht. Die ganze Minute ist umsonst, weil ich habe die ganze Zeit nicht einmal, das war immer da hingekommen oder da, sondern nur immer gegenseitig auf die Brust, also eine volle Minute, ich sage das genau. Also, ihr müsst schon mal schauen, wenn ihr mal hinkommt oder hinkommt, weil nur auf die Handschuh schauen ist, also ich mache jetzt bloß eine Minute, trotzdem muss eine Minute noch, hat ja auch unten, damit er nicht aus der Brust gekommen ist, aber das hat keinen Zweck, ihr habt nicht einen Einzelnen, habt ihr einmal, oder sie. Ich habe schon wieder so gekauft. Ja, jetzt wollte ich auch noch versuchen, um uns zu treffen. Das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. Warum? Was ist das? Warn. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Patricio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And the winner by a knockout in round three, ladies and gentlemen, is in the red corner, Misha. And your applause, please, for the loser, Patrizia. Once again, the winner by a knockout, is between, in the blue corner, Nina. And in the red corner, Sonia. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. 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 Vielen Dank. Zehn Sekunden. Wie? Zehn Sekunden. Das war aus. Nein, ich hab's auch von den Kretschern vor. Weiter weg den Kretschern. Weiter weg den Kretschern. Weiter weg den Kretschern. Ja, ja, so. 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 Fuck. So. And. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Box. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, by a unanimous decision of the judges based on a near technical knockout at the end, the winner is Nina. And a hand of applause, please, for the loser, Sonia. Once again, winner, Nina. And in the red corner, Marcella. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Oops. Oops. Good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank. 10 Sekunden, Feuer aus. 10 Sekunden, Feuer aus. And the winner, ladies and gentlemen, by knockout in round two is Robin. And a hand, please, for a very brave loser, Martella. And the winner, by knockout in round two, Robin. And the red corner, Nina. This fight is over unlimited rounds to a knockout finish. So, let's go. Okay. So, let's go. Come on. 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 Good job. Come on. raisin. Come on. Get out of the law. Come on. Come on. Come on. nau Russian alleviation. What is the role of a boss? Vielen Dank. Vielen Dank. Five, six, seven, eight, ten, out. Ladies and gentlemen, the winner in the second round, by Lookout, Robin. Let's give a hand to all these girls who take part in this boxing tournament today. On my right side, in the red corner, Mischa. And on my right side, in the blue corner, Nina. Box? Box? Yes. I'll see you later. I'll see you later. I'll see you later. Ja! Brooks? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Siegerin durch ein K.O. in der vierten Runde, in der roten Ecke, Misha. Und top für Verliererin in der blauen Ecke, Nina. Ladies and gentlemen, the second match in our eight-girl boxing tournament is between, in the blue corner, Angie. And in the red corner, Marcella. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. 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 Der ist schön. Das ist ja so, ich denke es. Ja, jetzt! Jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Freie aus. Zweite Runde. Dritte Runde. Entschuldigung, dritte Runde. Jetzt. Boxen. Ja, Runde. Ja, Runde. Andere Seite nach vorne. So. Sechs nach vorne. Andere Seite nach vorne. Andere Seite nach vorne. Andere Seite nach vorne. Sechs. Noch mal. So. Zwei. Sechs. Boxen. Sechs. 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 Or two. trapsot. And a very big hand, please, for the loser, Angie. Once again, the winner of our unanimous decision, Marcela.